Hey Beate, du hast deine Kunstwerke ja schon digitalisiert und so für deine Bestandssicherung gesorgt. Kannst du mir vielleicht helfen und erklären, wie ich das umsetzen kann? Ich bräuchte da deine Hilfe. Na klar. Werkdatenbanken, wie zum Beispiel Bildende Kunstsachsen, wandeln deine Lebenswerkbestände in digitale Werkverzeichnisse um, damit diese nicht verloren gehen. Aber ist das nicht sehr teuer und zeitaufwendig, alles zu fotografieren und zu digitalisieren, vor allem wenn ich dafür einen Profi beauftrage? Dazu musst du niemanden beauftragen. Ich erkläre dir die grundlegenden Tipps für die Aufnahme und Bearbeitung von Werkfotografien, die du für Werkdatenbanken nutzen kannst. Und natürlich auch, wie du den qualitativen Ansprüchen gerecht wirst. Ich sollte dir erstmal erläutern, was das Ganze eigentlich genau ist. Die Digitalisierung beschreibt im Allgemeinen die Umwandlung von analogen Werken in digital darstellbare Medien. In diesem Fall gibt es zwei mögliche Verfahren. Zum einen gibt es die Fotografie, auf die ich später noch einmal zurückkomme. Die andere Möglichkeit ist das Scannen. Hierfür wird dir zum Beispiel in der Geschäftsstelle des Landesverbandes Bildende Kunstsachsen in Bresden ein A2-Scanner zur Verfügung gestellt. Beim Scannen musst du beachten, dass du auf jeden Fall in einer hohen Auflösung scannen solltest. Beim Scannen-Vorgang kann dir auch vor Ort geholfen werden. Und wenn ich selber fotografieren möchte, brauche ich dafür eine bestimmte Ausrüstung? Du brauchst einen Computer mit Internetzugang und eine Fotosoftware, zum Beispiel Photoshop. Außerdem eine Kamera und ein Stativ. Du solltest für helles und weiches Licht sorgen. Dein Kunstwerk muss mittig im 90 Grad Winkel fotografiert werden. Staffele deine Werke von groß nach klein und fotografiere sie in dieser Reihenfolge. Wenn du Skulpturen fotografierst, solltest du drei bis vier Fotos von rundherum schießen. Auf deine Kameraeinstellungen musst du auch achten. Das Dateiformat sollte auf JPEG und RAW eingestellt sein. Belichte lieber etwas dunkler anstatt heller. Verwende keinen Blitz. Für detaillierte Einstellungen an deiner Kamera solltest du dich von einem Fotografen oder einer Fotografin beraten lassen oder dir ein entsprechendes Tutorial im Internet ansehen. Anschließend müssen die auf der SD-Karte der Kamera gespeicherten Fotos nur auf deinen Computer übertragen werden. Hier kannst du die Fotos noch nachbearbeiten und nummerieren und abspeichern. Das hört sich ja gar nicht so schwer an. Danke, Beate.